Hi, ich möchte auch gerne meine Erfahrungen zu Philipp Lang seinen Kurs teilen. Ich bin neu in der Branche, total neu und hatte nach ziemlich kurzer Zeit auch schon meinen ersten Kunden. Also der Kurs ist einfach super aufgebaut, man kommt klar mit dem ganzen Thema da drin, sich da reinzulesen und hat auch wirklich Bock, das alles dann sofort umzusetzen. Ich hatte schon mal einen anderen Kurs für Online-Marketing erworben, damit kam ich nicht so zurecht. Ich wusste nicht, wie ich das dann alles umsetzen sollte, wie ich starten sollte. Das ist hier komplett anders. Es ist wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und man weiß genau einfach, was zu tun ist als erstes und man hat einfach Bock, direkt loszulegen. Die Facebook-Community ist auch super, das ist eine ganz tolle Gruppe, da kann man auch Sachen rein, also seine Fragen reinstellen und ich fand es auch immer total interessant, da mitzulesen, was andere posten, das finde ich auch sehr nützlich. Die Gruppen-Calls, die geben auch immer nochmal einen Schub weiterzumachen, sind auch immer interessant, Themen dabei jede Woche. Man muss nicht immer reinkommen, aber ja, ich mache das dann auch zwischendurch. Ja, und danke Philipp an dieser Stelle, dass du den Kurs so toll aufgebaut hast und also, dass es da jemanden gibt, der das einfach mal in die Hand genommen hat und jedem helfen kann, der sich da selbstständig machen möchte. Und ich konnte meine Selbstständigkeit wirklich damit endlich umsetzen. Ciao!